Also erster Eindruck, wenn ihr wirklich schnell an Sau-Glocken kommen wollt, dann sollt ihr das tun. Leute, ich bin wieder zurück mit StumbleGuys. Ich weiß, es gab eine kleine Pause, mehr Infos dazu im Laufe des Videos. Aber es gibt einfach mal ein ultra geiles Event und das wollte ich euch zeigen. Werden dieses Event auch diesen Sonntag im Livestream spielen. Schaut also diesen Sonntag um 9 Uhr morgens im Livestream vorbei. Wir machen auch wieder Gewinnspiele und so weiter. Was das Event allerdings ist, verrate ich euch jetzt. Lasst einen fetten Like da, lasst ein Abo da und starten wir sofort rein. Denn wir sehen schon bei den Neuigkeiten, sehen wir StumbleGuys x Rabbids. Die Rabbids haben StumbleGuys erobert. Sammle Sau-Glocken im neuen Event und tausche sie gegen exklusive Rabbid-Stumbler und mehr ein. Das heißt, wir haben eine komplett neue Währung im Spiel bekommen. Wir sehen sie einfach mal oben links. Das ist sie einfach mal. Wir können uns sogar diese Saugnöpfe hier kaufen. Oder Saugglocken, wie sie hier genannt werden. Wir sehen super viele Angebote. Sie sind einfach mal in den Shop reingekommen deswegen. Denn tatsächlich haben wir die Möglichkeit, uns diese Saugglocken hier zu kaufen. Äh, beziehungsweise hier haben wir die zu kaufen. Wir können sie allerdings auch ingame sammeln. Und damit können wir uns Preise holen. Zum Beispiel hier so ein Fußabdruck. Oder hier einfach mal einen Skin. Hier den Skeletten-Rabid-Skin. Hier den Rabbidsky-Skin. Sensai-Rabid-Skin. Rabbid-Rider-Skin. Aber auch den Gold-Rabid-Skin. Also ultra, ultra krank. Und deswegen will ich auf jeden Fall am Sonntag mit euch gemeinsam im Stream spielen. Damit wir uns ein paar Saugglocken verdienen. Und ja, mein Plan ist am Sonntag im Stream vielleicht sogar alles zu kaufen. Alles, was hier im Shop ist. Deswegen seid auf jeden Fall am Start. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ihr könnt auch, wie gesagt, wieder Google Play und iTunes Guthaben gewinnen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Spiel rein. Denn um überhaupt diese Saugglocken bekommen zu können, müssen wir auf Events gehen. Das Event geht auch nur 4 Tage und 22 Stunden. Das heißt, das ist gar nicht mal so lange. Das müsste also zu Ende sein. Am Montag, der 20. um, ja, doch, 15 Uhr, wenn mich alles täuscht. Aber starten wir erstmal rein, Freunde. Ah, warte mal, Moment, Moment, Moment. Hier war noch eine kleine Info. Denn wir sehen einfach mal. Hier steht, brah, die Rabbids sind in Stumblegeist außer Kontrolle und haben ihre Saugglocken überall verstreut. Sammle Saugglocken, während du in einem völlig neuen Event rumkämpfst, als letzter Stumbler zu überleben. Tausche die Saugglocken, die du sammelst, im Shop gegen Sachen ein. Habe ich ja gezeigt. Und der Spiel, also das, was man spielt, das ist halt zufällig. Das heißt, wenn ihr diese Saugglocken sammeln wollt, müsst ihr auf jeden Fall sicher sein, dass ihr den Event-Modus spielt und nicht die normalen Maps. Weil sonst findet ihr keine Saugglocken. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie die Leute spielen werden, weil das ist ja schon eine coole Sache. Theoretisch können wir einfach mal so einen kostenlosen goldenen Stumblegeist-Skin bekommen. Ich meine, es würde schon echt lange dauern, schätze ich mal. Ich denke mal, so pro Runde kann man so 20, 30 Saugglocken bekommen. Würde ich mal schätzen. Also je nachdem, welche Map. Und wir bekommen einfach mal hier als erste Map Superslide. Was? Und da sind schon die Saugglocken auch überall verteilt. Sogar auf der Mitte. Wie soll man denn da hinkommen? Auf die Mitte, hä? Und der springt einfach mal in den Tod. Hauptsache der, um diese Saugglocke zu bekommen. Ey! Ich wurde auch runtergeschobst. WTF? Oh mein Gott. Ich bin auch jetzt gerade gar nicht warm gespielt, muss ich sagen. Ich hatte ja ein bisschen Pause. Die Pause ist übrigens dem zu verschulden, weil ich einfach momentan privat super viel am Hut habe. Jetzt versuche ich auf jeden Fall wieder alle zwei Tage mindestens ein Video rauszuhauen auf diesem Kanal. Deswegen, wenn ihr noch am Start seid, schreibt mal Hashtag aktiv in die Kommentare. Oh Gott, jetzt habe ich hier komplett vermasselt. Ich habe nicht mal eine Sauglocke. Ah, was? Nicht eine einzige Sauglocke. Wollt ihr mich veräppeln? Ey! Jetzt eine! Wow! Wir haben nur eine einzige Sauglocke. Ist das ver... Ey, ich werde veräppelt. Ich werde einfach getrollt. Aber man merkt auf jeden Fall auch, dass die Spieler komplett anders spielen. Ey! Nur eine Sauglocke. Jeder will hier diese Sauglocken sammeln. Und deswegen spielen die Leute komplett anders. Ja, Freunde. Also, wenn ihr noch am Start seid, schreibt mal Hashtag aktiv in die Kommentare. Und was geht denn hier mit dem ab? Ihr slidet einfach mal mit seinem komischen Hoverboard ganz, ganz komisch über Wasser. Sah ja super weird aus. Ja, ähm... Also, ich hoffe, ich schaffe das jetzt wieder, alle zwei Tage ein Video rauszuhauen. Das heißt, heute, dann wieder Samstag, dann Montag. Sonntag ist ja, wie gesagt, der Stream morgens. Und jetzt bin ich mal gespannt. Falls ihr vielleicht irgendwelche Tricks habt, wie man Sauglocken schneller bekommt, schreibt die auch gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich nämlich vielleicht auch dazu noch ein Video machen, wo ich euch... Ey! Ich habe nicht mal diese Sauglocke bekommen. Ähm... Das ist ja wirklich verrückt. Weil man muss halt hier natürlich die Mitte finden, zwischen Sauglocken einsammeln. Aber auch, auch, auch so gut spielen, dass man noch ins Ziel kommt. Weil, ja, die schenken hier natürlich nichts, die Gegner. Die wollen hier natürlich auch ins Ziel kommen. Und wenn man sich da nicht ein bisschen beeilt, dann ist das Ganze natürlich schlecht. Oh Gott. Der hat mir jetzt auch die Sauglocke... Ey, wir bekommen... Wir haben jetzt einfach eine Sauglocke bekommen. In bis jetzt zwei Runden. Boah, ist das Hardscore. Boah, das Problem ist, viele Spieler schwitzen hier natürlich rein und wollen auch den Win holen. Deswegen werde ich gleich mal eine Runde machen, wo ich wirklich nur auf Sauglocken gehe. Und dann gucken wir mal nach, wie schnell wir an Sauglocken kommen. Okay, auf der Map wird es, glaube ich, ganz einfach. Wenn wir lange überleben, könnte es echt einfach werden, an Sauglocken zu kommen. Den Modus kann man übrigens nicht mit Freunden spielen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ähm, ja. Ist also wirklich ein Solo-Modus. Und spawnen die jetzt hier nicht neu. Äh. Die spawnen nicht neu, die Sauglocken. Was? Das ist ja voll doof. Also ich habe jetzt hier wirklich damit gerechnet, dass die Sauglocken neu spawnen. Ja, das ist doof. Das ist doof. Dann muss ich den darauf erstmal runterboxen. Sorry. Oh Mann, ey, der Arme. Ja, das ist natürlich jetzt echt ärgerlich, ne? Weil ich dachte eigentlich, oh komm, den muss ich in den Kammer geben. So, Kollege, dich haue ich jetzt auch runter. Nein! Oh mein Gott! Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Ey, 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 ey. Ey, Kollege, dich haue ich jetzt runter. Dich haue ich runter. Komm, 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 komm. So. Ja, let's go! Äh, der hat nämlich auch einen runtergezerrt. Ähm, das Ding ist halt, ich habe wirklich damit gerechnet, dass man jetzt hier immer wieder diese Sauglocken aufsammeln kann. Scheint es hier wirklich nicht der Fall zu sein. Den will ich jetzt hier holen. Den will ich holen. So, zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den Jump, den Jump habe ich auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Den Jump habe ich ganz gut hinbekommen und der ist runtergeflogen. Aber zwischenfahrt sind zwei Sauglocken. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich gar nichts. Wenn ich mir vorstelle, ich will jetzt so 5000 Sauglocken sammeln für diesen goldenen Skin. Ey, dann bin ich da ja Jahre dran. Eine habe ich nur. Oder nee, warte mal. Ah! Wir bekommen auch pro Sieg 200 Sauglocken. Ah! Wir sehen es hier oben links. Da habe ich 201. Das heißt, es lohnt sich wirklich, Wins zu sammeln. Ey, das geht eigentlich fit. Und das 5000 brauche ich den goldenen. Das heißt, um die 25 Wins brauche ich. Ja, das geht fit. Leute, wie gesagt, ich werde mir das wahrscheinlich nicht kaufen, diese Sauglocken. Ich werde wirklich versuchen, die mit euch am Sonntag im Stream zu sammeln. Deswegen, ich will jetzt noch mal nachgucken in der Runde, wie schwierig das ist, an Sauglocken zu kommen. Weil irgendwie interessiert mich das jetzt hier gerade ein bisschen. Und das wirklich so hardcore ist oder doch nicht. Wir sehen, die Maps sind auch total willkürlich. Uns hängt halt auch immer davon ab, welche Map wir zocken. So, dann versuche ich jetzt hier mal vorne vorzurushen. So, zack. Hier einen haben wir. Ah! Ich springe jetzt einfach mal hier rüber. So, zack. Ah! Was? Das geht nicht, der Jump? Oh, lol. Okay, ich dachte, der Jump geht eigentlich. Um ehrlich zu sein. Ah! Ah! Boah, Leute. Ganz ehrlich. Ich werde das Gefühl nicht los. Als wenn es die effektivste Methode ist, wenn man einfach versucht, auf Wins zu gehen. Also, ich glaube, wirklich Wins holen wird der beste Weg sein, wenn man gut ins Sammelgeist ist, um es einfach mal so zu sagen. Weil. So, kann ich die mal. Hä? Warum kann ich die nicht aussammeln? Alter! Ich habe doch für das Wach. Warum kann ich die nicht aussammeln? Ey, es kloppen sich einfach alle drum. Und jetzt habe ich die nicht mal bekommen. Ey, come on. Come on. Okay, das ist doof. Das ist doof. Also, wir sehen, Leute. Ich habe jetzt wieder eine einzige Saugglocke bekommen. Alle anderen sind auch schon weg auf der Map. Also, es wird gar keinen Sinn mehr machen, da irgendwie danach zu suchen. Ne, die sind alle schon weg. Ich komme, glaube ich, nicht mal ins Ziel an. Weil ich jetzt mich eigentlich eher auf diese Saugglocken konzentriert habe. Also, erster Eindruck. Wenn ihr wirklich schnell an Saugglocken kommen wollt, dann solltet ihr das tun. Ihr solltet wirklich einfach versuchen zu gewinnen. Es ist der mit Abstand einfachste Weg, um an Saugglocken zu kommen. Wir sehen jetzt hier auf Jungle Roll. Das Problem ist, es lohnt sich, glaube ich, gar nicht so den Fokus darauf zu legen. Einfach die Saugglocken nur zu sammeln, weil... Oh Gott, jetzt habe ich hier eine spontan mitgenommen. Es lohnt sich einfach wirklich gut zu spielen. Es hört sich so dumm an. Ich weiß, Leute, ihr denkt euch wahrscheinlich... Ey, Pets, das sind nicht noch bessere Tipps. Vielleicht lohnt es sich auch noch zu gewinnen. Ja, ich weiß. Es sind wahrscheinlich nicht die Sachen, die ihr hier hören wollt. Aber es sind die Sachen, die auf jeden Fall funktionieren. Ähm, deswegen konzentriert euch einfach daran, darauf ins Ziel zu kommen. Und ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall besser, als irgendwie drei, vier Saugglocken zu bekommen. Weil, wie gesagt, 200 bekommen wir, wenn wir einen Win nach Hause holen. Und, ähm, ja, vielleicht fünf, sechs Stück haben wir. Ey, was ist das denn? Und vielleicht fünf, sechs Stück bekommen wir, wenn wir uns darauf konzentrieren, äh, wirklich, ja, äh, die Saugglocken in der Runde einzusammeln. Also, da tut sich nicht viel. Und die letzte Runde ist sogar wieder Bombardment. Also, wir passen einfach mal auf, dass wir jetzt hier vielleicht, äh, nicht runtergeschossen werden. Und, dass wir diese Saugnöpfe einsammeln. Weil, wie schon erwähnt, die, die spawnen leider. Dann hau ich dich jetzt leider runter, sorry. So, oi, 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 oi. Also, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mit allen Mitteln versuchen, die Spieler hier runter zu boxen. Das geht jetzt hier nicht anders. So, ich auch, zack. Oh Gott, oh Gott, der wollte mich hops nehmen. Der wollte mich auf jeden Fall hops nehmen. Und zack, der wird jetzt hier wieder runterspringen, ne? Ja, zack. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was habe ich mit dem gemacht? Was habe ich mit dem gemacht, alter Schwede? Also dieser Spring-Kick-Jump, wie man den nennen möchte, ist schon echt OP. Das muss man wirklich sagen, wenn sich einer so an der Ecke stellt. Ja, das kann ich jetzt zum Beispiel bei dem auch versuchen. Wobei, wobei, der stellt sich halt so extra krass an die Kante, ne? So extra krass. Oh, den hau ich nochmal weg. Komm, 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 komm. Ja, ja! Oh Gott, den hab ich auch nochmal runtergehauen. Diesen Schatten könnte ich auch nochmal versuchen, runterzuhauen. So, zack. Oh, was macht der denn da? Nein, 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 nein. Uh, 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 uh. Der will mich, glaube ich, der will mich auch haben. Der will mich auch haben, glaube ich. So, zack. Oh, 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 oh. Der wollte mir jetzt einen Feuerbox mitgeben. Der wollte mir einen Feuerbox mitgeben. So, aufpassen. Zack. Boom. Und runter, 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 runter. Nein, 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 das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Wie wollte ich denn ausgehauen? Nein, schade. Sehr, sehr schade. Ah, ekelhaft. Ekelhaft. Ja, fünf. Ah, ich bekomme auch welche, wenn ich jetzt nicht Erster werde. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Als Dritter bekomme ich 100. Also, es hat sich immer noch gelohnt. Ist jetzt nicht so, als würde ich leer ausgehen. Das heißt, Leute, 300 haben wir jetzt gesammelt. Wir werden dann, wie gesagt, den Rest im Stream am Sonntag sammeln. Also, Sonntag vorbeischauen. Ich bin echt gespannt. Und, ja, bis dann, Leute. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Ciao.